In der Schule hast du vermutlich schon eine vorwissenschaftliche Arbeit oder eine Diplomarbeit geschrieben. Vielleicht denkst du, wissenschaftliches Schreiben ist erst bei der Bachelorarbeit wieder ein Thema, aber wissenschaftliches Arbeiten und Literaturrecherche brauchst du jederzeit im Studium, auch schon in den ersten Semestern. Wir haben hier deshalb ein paar wichtige Punkte für dich zusammengefasst, die dir als Leitfaden zu Studienbeginn dienen sollen. Gleichzeitig erfährst du Interessantes über wichtige Unterstützungsangebote für Literaturrecherche und wissenschaftliches Arbeiten. Entschuldigung, ich bin das erste Mal hier und ich soll eine Präsentation zum Thema Geschichte der Architektur in Graz halten. Ich habe auf Wikipedia ein paar Infos dazu gefunden, aber das ist noch nicht genug. Kannst du mir weiterhelfen? Sicher, ich helfe dir gerne. Internetquellen sind aber für wissenschaftliche Arbeiten nicht die erste Wahl. Wie jetzt? Echt nicht? Aber im Internet suchen ist eigentlich so praktisch. Am besten benutzt du wissenschaftliche Quellen und da ist die Bibliothek genau der richtige Ort. Wissenschaftliche Quellen sind von Forschenden in dem jeweiligen Fachbereich verfasst und von wissenschaftlichen Verlagen publiziert. Das garantiert, dass die Informationen den wissenschaftlichen Qualitätsstandards entsprechen. Die Überprüfung dieser Standards findet durch die wissenschaftlichen Verlage und vor allem durch andere Forschenden statt. Also, sind Internetquellen jetzt komplett verboten und ich kann nicht von zu Hause aus recherchieren? Sicher kannst du daheim recherchieren. Die Angebote der Bibliothek sind auch online verfügbar und Wikipedia kannst du für eine erste Übersicht verwenden, um Ideen zu sammeln. Es ist aber keine wissenschaftliche Quelle. Informationen aus dem Internet sind prinzipiell nicht auf wissenschaftliche Qualitätsstandards hin überprüft, weswegen du hier vorsichtig sein solltest. Informationen aus dem Internet verhält nämlich meist die Überprüfung durch anerkannte Personen, die sich mit dem Fachbereich wissenschaftlich beschäftigen. Ausnahmen gibt es natürlich, beispielsweise wissenschaftliche Blogs, die legitime Quellen zitieren und auch sonst wissenschaftlichen Qualitätsstandards entsprechen. Das wären korrekte Zitation, Wissenschaftlichkeit der Argumentation und korrekt durchgeführte Untersuchungen. Es ist aber nicht immer so einfach, selbst zu beurteilen, ob Internetquellen legitim sind. Daher verlasse dich lieber auf Ressourcen, die aus wissenschaftlichen Verlagen stammen. In einigen Fällen sind diese sogar online und gratis als E-Books verfügbar. Manchmal frei erhältlich, manchmal indem du dich auf der jeweiligen Seite, auf der es das E-Book gibt, als Studierende bzw. als Studierendär identifizierst. Grob gesagt, wissenschaftlich legitime Quellen können jederzeit überprüft werden. Was beispielsweise KollegInnen in einer Hausübung geschrieben haben, die nicht öffentlich ist, ist keine legitime Ressource. Was bedeutet das für mich in dieser Situation? Auch bei deinen wissenschaftlichen Arbeiten musst du genau angeben, aus welcher Quelle die von dir genutzten Informationen stammen. Damit können deine Lehrenden und Mitstudierenden diese überprüfen. Ein wichtiger Teil des wissenschaftlichen Arbeitens ist daher, die Quellen, die du nutzt, zu zitieren. Aber wie finde ich dann diese wissenschaftlich legitimen Quellen eigentlich? Viele folgen ihrem ersten Impuls. Einfach mal googeln. So praktisch das im Alltag ist, es ist nicht die erste Wahl, um wissenschaftlich legitime Quellen zu finden. Einerseits kommt es daher, dass du über Google und anderen allgemeinen Suchmaschinen mitunter Quellen findest, die nicht den wissenschaftlichen Qualitätsstandards entsprechen. Andererseits daher, dass Google und Co. die Ergebnisse an deine Vorlieben anpassen. Du befindest dich dadurch immer in einer Bubble, die deinen Interessen entspricht. Die Suche in Google ist daher nicht objektiv. Du läufst so gefahrwichtige Quellen für deine Arbeit nicht zu finden, beziehungsweise nur Quellen aufzuspüren und deine vorgefasste Meinung widerspiegeln. Daher ist es wichtig, dort zu suchen, wo Ergebnisse ganz unabhängig von deinen Interessen angezeigt werden. Hier kommt die Bibliothek ins Spiel. Wir bieten dir unterschiedliche Recherchetools, mit denen du unvoreingenommen wissenschaftlich überprüfte Literatur finden kannst. Die erste Anlaufstelle sind dabei die bibliothekseigenen Suchmaschinen. Diese listen zwei Ergebnisse ebenfalls sortiert nach Relevanz, allerdings nach objektiven Kriterien und nicht auf deine Person zugeschnitten. An der TU Graz heißt diese Bibliothekssuchmaschine TU Graz Library Search. Da finde ich alle Bücher zum Thema Geschichte der Architektur in Graz, die es gibt? Jein. Bibliothekssuchmaschinen haben oft die Einschränkung, dass du nur Literatur findest, die die Bibliothek selbst besitzt, beziehungsweise anbietet. Daher bieten Bibliotheken darüber hinaus auch weitere Recherchetools an, wie zum Beispiel Datenbanken zur Recherche von Fachartikeln. Diese zeigen dir auch Quellen an, die eventuell nicht an deiner Bibliothek vorhanden sind. Welche Recherchemöglichkeiten es an deiner Bibliothek gibt, unterscheidet sich von Universität zu Universität. Am besten wirbst du mal einen Blick auf die Webseite deiner Bibliothek. Dort findest du immer die Recherchetools, die dir deine Bibliothek anbietet und in denen du objektiv nach legitimen Ressourcen suchen kannst. Falls du dir nicht sicher bist, kannst du auch immer MitarbeiterInnen der Bibliothek nach den geeigneten Recherchetools befragen. Manchmal empfehlen Lehrende direkt die passende Literatur zum Kurs. Du kannst dir bei ihnen nachfragen. Oft ist empfohlene Literatur außerdem direkt in der Lehrveranstaltungsbeschreibung im Theo Graz Online angeführt. Und falls du noch mehr Fragen zur Literaturrecherche hast, kannst du immer in der Bibliothek nachfragen, uns einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wir helfen dir sehr gerne weiter.